Ich hasse dich Alphastein! Halt deine Schnuppe! Jaaaaiiiiitt! Doch! Vergiss mich! Nein tu ich nicht! Ich hasse dich! Jaaaaiiiitt! R.E.W.R.M.S.I.D. Oh Leute was geht? Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Master Builders! Mit dabei ist leider heute der lieber Alphastein Sag das ja! Ja und Rotpilz auch! Ich hoffe, meine Festcam ist scharf, Leute. So, warte mal. Christmas müssen wir bald. Was? Ja, genau. Wir müssen Weihnachten bauen, Leute. Und ich dachte mir, ich produziere jetzt während der 14-Stunden-Stream. Der gerade im Moment läuft. Ihr könnt natürlich gerne mal vorbeischauen. Ein bisschen vor. Und ja, Freunde. Wir spielen, wie gesagt, eine Runde Masterwilders. Und werden jetzt ganz... Ja, okay. Ja, okay. Ja, okay, bleibt gefragt. Was ist denn mit dir, Alter? Was? Sehr ruhig. Nein. Nein, ich wollte mehr, bitte. ADS-Attack des Jahrhunderts. Nein. Was willst du uns erzählen, Alter? Was ist mit dir? Was willst du sagen? Jetzt hast du deinen Moment. Jetzt kannst du reden, Alphastein. Sprich mit uns. Das war's. Mehr als eigentlich nicht, oder? Ja, okay. Ja, Leute. Wie gesagt, wenn ihr gerade Langeweile habt, checkt auf jeden Fall meine 14-Stunden-Stream aus. Der läuft im Moment. Und mein Kanal. Perfekt. In der Beschreibung. Ganz oben. Checkt auf jeden Fall jetzt, wie gesagt, die 14-Stunden-Streamer aus. Und mein nächstes Video. Heute habe ich alles hochgeladen. In der Beschreibung. Auch verlinkt. Nein, ist es nicht. Es wird auf jeden Fall heute... Jetzt im Moment, wenn ihr jetzt einschaltet, der Moment sein, wo ich wahrscheinlich schon am Pennen bin, Leute. Das wird auf jeden Fall echt fahrradlustig. Alphastein ist, glaube ich, auch mein 14-Stunden-Stream dabei, ne? Ja, ja, ja. Einfach mal ein bisschen Small Dog hier. Warm und schönes Wetter. Und ich bin froh, dass ich zurück bin. Das war's. War denn das Wetter auch schön und warm? Ja, war sehr schön und warm. Und es war dazu auch sehr warm und auch schön. Warm und auch schön, ja? Ja, aber vor allem schön und warm. Gomme, H.D. Ja. Was hast du... Was ist dein... Was ist dein... Ja. Ja, was ist dein Problem mit Gomme? Ja. Sag jetzt mal. Was ist dein Problem mit Gomme? Ja, ja, ja. Ich hasse den Jungen. Ja. Doch. Was? Ich hasse dich so sehr. Nein. Ich hasse dich, Alphastein. Halt deine Schnabel. Nein. Doch. Du liebst mich. Nein, tu ich nicht. Ich hasse dich. Ja. Nein. Nein. Ich entscheide, ja. Ich schwör, du hast echt ADS Level 1000. Nein. 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 Er entscheidet. Nein. Mein Lieber. Du mal Bastard, Alter. Nein. Doch. Nein. 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 Es hat einfach keinen Sinn mit solchen Menschen, Leute. Nein. 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 Ja, wir kommen jetzt zu Master Builders. Halt deine Frisse. Heute, äh, 28 Stunden Livestream. Nein. Nein. Oh, Junge, du hast echt so hart ADS, Alter. Du musst dir echt... Nein. Doch. Nein. Du musst dir rausziehen. Nein. 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 Sei ruhig. Nein. 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 Wie ich meinen Weihnachtsbaum baue? Ja. Ja. Jetzt hast du ja schon gespoilert, was du baust. Nein. Nee, was ist dein Weihnachtsthema eigentlich? Nein. Achso. Ja gut. Eier. Eier. Fisch. Äh. Ignorier mich nicht. Eier. Eier. Ich will mich nicht. Ich will mich nicht. Eier. 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 Ich. Harte mal dein Maul jetzt. Mann, du bist auch ein Wichser. Gehst du mir auf den Sack, Alpastein. Ehrlich? Beruhig dich! Beruhig dich! Komm runter! Dummes Stück Scheiße! Du hast echt Aggressionsprobleme! Der macht doch gar nix! Der Junge zerstört mein Leben! Alperstein zerstört wirklich mein Leben! Sehr ruhig! Nein! Nein! Stopp! Das ist eigentlich gar nicht mehr so unangenehm! Das ist eigentlich sehr angenehm! Mein Ding sieht voll schul aus! Ja! Ignoriert mich nicht! Ich bin gar nicht mal fertig! Meins ist total schrecklich! Ihr könnt es total vergessen! Meins ist ganz geil geworden! Ich hab nicht auf die Zeit geguckt! Ja, ja! Toll Alperstein! Super! Warte, wenn mein Thema kommt, bitte ignoriert! Das ist ganz in Ordnung! Es ist gut! Wenn ich dein scheiß Gesicht schon sehe! Deinen verkackten Skin, wie er mich anguckt! Was willst du? Was? Es macht mich so aggressiv! Was ist das denn? Das ist Crystal May, Alter! Ist immer noch besser als meine! Ich schalte auf jeden Fall jetzt mal einen Stream an! Ich guck mein Video! Ja, halt deine Fresse jetzt! Das movet ich gleich raus, du Penner! Doch! Wird auf jeden Fall hart lustig sein! Ich schwöre dir, dieser blöde Wixer, Mann! Äh, was ist das hier? Bäh! Äh, bitte gib einmal Ice Up Leading und sag gar nichts dazu, okay? Was ist das, Felix? Ich hab nicht auf die Zeit geguckt! Ich dachte, ich hätte mehr Zeit! Alter, ist das peinlich, Junge! Das ist mega peinlich! Deswegen will ich auch kein Wort darüber verlieren, Mann! Alter! Ich kann mal so reinscheißen, Felix! Warum? 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 So hässlich, Mann! Was ist das? Was? Genau, das ist genauso scheiße! Wobei, das ist noch besser! Ich hab den Raum gar nicht verlassen! Sieht eigentlich kippschaus! Das ist okay! Äh, ich... Ich geb aber mal ein... Ein okay, weil... Ich war genauso blöd! Ja, deins ist richtig beschissen gewesen! Das hier geht sogar noch voll klar, finde ich! Ja, okay! Okay? Alphastein! Geil! Äh, das ist Alphasteins! Wir haben zwei Alphasteine in meinem Leben, Alphastein! Er ist noch der Alphastein! Ja, ey, 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 ey! Meine Scheiße! Das war nicht von mir? Ich hab... Oh, man, es hat wiedergelegen, glaube ich! Oh Mann, ich hab... Oh, Mann, ich hab... Oh, Mann, ich hab... Ich hab... Oh, Mann! Oh, Mann! Ich hab... Was ist das hier? Hey! Oh, Mann! Ich hab... Oh, Mann! Ich hab... Oh, Mann! Oh, Mann! Oh, Mann! Oh! Du bist auf jeden Fall straight bei dir, Leute! Ja, Alter! Bist du schon dran gewesen, oder? Äh, ich glaub, es soll ein Geschicksal sein. Ach so? Was war denn zufällig? Ja, war ja mein Twitter! Ah, ah, ah! Alter, das ist heftig! Was? Nein, das ist ein Verräter! Also, da fand ich einfach klein, ehrlich gesagt. Weiß auch nicht. Ich fand einfach klein für ein Geschicksal. Aber hier, wenn ihr hört sich drehen, und du geht es rein, und du bist auf deinem Kopf. Boah! Woa! 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 Woa!